Musik Darf ich das nehmen? Also wir gehen mal kurz dahin und dann machen wir mit der Story weiter, ne? Trust me, engineer und so. Ah, hier ist niemand, ne? Wie, Ast? Hä? Habe ich in Astorf gesammelt? Äh, 5 war der, ja. Ist wer? Ich weiß nicht, das ist die Rotz. Hat keiner interessiert? War der alleine hier? Ist nicht dumm. Bald hat irgends Geld... What the fuck? Okay, Flüchte, der hat eine Endlichkeit. Halt die Fresse, du bist ein fucking Cheater, Mann, Junge. Was für eine Scheiße. Oh, ist das was zum Looten? Okay, das hätte ich jetzt aber gefreut. Ist nichts zum Lohnen. Ich habe jetzt nur Munition verballert. Wieviel habe ich da noch? Was ist ein G? Und H? Check ich nicht. Was müssen wir eigentlich mit meinem eigenen Auto den Reifen zerballern? Geht das kaputt? Ne, es geht nur da rein. Okay. Boah, ganz ruhig, Brauner. Oh, Gott. Rookie. Tut mir leid. Ich dachte, dich hätte es erwischt. Was? Komm schon. Komm schon. So ein fucking buggy Typ. Komm schon. Er sichert den Raum, Rookie. Who the fuck wohnt der hier? Oh, Herrgott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck. Später, fuck. Nicht jetzt. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Wir sind noch zu zweit. Das weißt du. Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hey, Herr mit dem Ding ist meins. Dankeschön. Ich bin schwanger, du nicht? Die Straße da draußen. Ja? Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde. Und wir erledigen den Rest. Da ist doch noch Munition. Und dann kommen wir uns. Ich hab die Truck-Schlüssel. Gib mir Deckung. Was hab ich dafür noch? Nehmen wir viel. Der hebt den dann wieder auf. Jetzt versteh ich das. Kann ich hier kurz looten? Geht das? Hey, du Wichser! Au, warte! Die schießen auf mich! Fahr mal! Huch! Geht so! Heißt, hab ich unendlich? Ach, ich muss nur einmal drücken. Ah, stimmt der WTF! Ah! Jetzt hab ich unendlich, das find ich toll. Ja, ne, mach keinen Scheiß. Hallo? Echt jetzt? Lol. Ja, fahr du mal einstellen dich. Wie mach ich das? Wie mach ich das? Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ja, ich hab's. Boah! Was soll ich machen? Ich hab kein Midi-Pick! Das ist doch scheiße! Die Knarre ist übrigens auch für den Arsch. Also, das ist... Ich muss ein bisschen Training machen. Ja, dein Vater. Ist mir egal. Hallo, du Wichser! Ein Feuer! Der Vater! Der Vater! Aufpassen! Pass auf! Jetzt, haft uns nie! Das war's nie! Bist du okay? Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wie wir trauen können. Das ist verdammte Nancy. Ja! Was war's? Was war's? Aha, wo ist wohl schon der erste Midi-Pack. Ja, schön. Wurde nur Baral. Oh, erste Hilfe. Verfick die Kacki. Seh nix. Uh, seht grad, ja. Jetzt hopp, mach mal. Kann ich hier in Latt nach. Naja, geht so. Wo denn? Oh boah, die haben sich selber umgenähtet. Uh. Kann ich greifen eigentlich jetzt zu stören? Midi-Pack. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Wuttherfuck. Jetzt könnte die aber auch nix machen. I believe I can, flududududududududududududududududududududu. Ah, ich kann das raussuchen. neighborhood pep lecker Fickt das U? Was? Ach, checkt. Hä? Papa? Bist du's? Ah, Papa. Ja. 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 Hm? Wie viel? Ey, die Kabel sind verlockert. Da kommst du doch raus. Na super. Der nächste Psychopath. Nein, nicht angucken. Bin halbnackt. Guck weg. Ein Smiley rechts rein. Nö. Wann gehen sie wieder auf? Okay. Ich hab kein Internet. Ich muss aber Facebook checken. Wir? Du. Du wohnst länger hier wie ich. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Ja, irgendwann schon. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Yes? Shit. Genau das hast du getan. Was hab ich getan? Wir waren das. Also, im Grunde nur noch ich, weil dann sind tot. Wahrscheinlich. das Klügste für mich wäre wohl, nicht einfach an sie auszuliefern. Ja, vielleicht gibt's dann Geld von denen. Oder hast du noch einen Status? Ranking und so. Ich würd's machen. Trust me. Los, du it. Just do it. Wie scheiße. Ist das hier gekackt? Ach, Mann. Ja, schneid mir die Kehle durch. Schneid mir die Kehle durch. Was? Hey! Ich hab mir das gemacht, als ein tiefes Ende. Ich wollte ein altes tiefes Ende. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Was? Die ist von meinem Fuddy. Es sind frische Klamotten da. Lass sie dich um. Und dann komm zu mir. Ah, also nicht, ich mach mich nackt, da guckst du, wir haben ein bisschen... ...was, wie der gerade biegen kann. Na, dein Penis bestimmt. Ah, lass mal probieren. Ich bin ja richtig gut. Okay. Boogie artet wieder in diverse Sachen aus. Nö. Boykottier ich. Gibt's hier irgendwas? Ah, mein Leben regeneriert sich. Gibt's hier eine fucking Taschenlampe? Auf F? Ja, mein F war, was take down eigentlich? E, Q, Q, E, B, A, S, D. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, Molli ist... Ich hab gar nichts dabei. Ich will ihn erst mal umgucken. Bitte antworten, wenn mich jemand hört. Auf. Bitte. Ist da jemand? Die Dreckis sind hier allmarschiert, wie eine Armee. Wir haben Leute in ganz fast und dann haben unsere Lebensmittel gestohlen und dann wurde die überhalte Strasse. Mensch, der... Bitte, ruf uns doch. Ich weiß nicht. Lesen. Oh, ist doch gar nicht so lang her. Brief an Dutsch. 27. April 2015. Dad! Ich habe dir die Nachricht erhalten. Schön, dass sie die Anklage fallen lassen. Wir werden versuchen, dich im Sommer ein paar Wochen zu besuchen. Ricky will dir zeigen, wie er jetzt ohne Stützräder fährt. Aber andauernd fliegt er trotzdem noch auf die Fräse und haut sich das Gesicht auf. Aber hey, bei dem Face macht das auch nichts mehr aus. Aber Anja hat eine ganze Menge im College zu tun. Ich weiß, wie viel ihr das bedeutet. Und deshalb werden wir auch alles versuchen, dass es klappt. Aber lass bitte diese Geräte von wegen die Kinder zu Hause unterrichten, okay? Das ist für mich und Anja nicht das Richtige. Und die Schule in South Street ist einer der besten. Verdammt heiße Boys. Und beschränke dich... Äh, beschränke doch die Briefing-Aktivitäten auf ein Minimum, ja? Ist voll peinlich. Jedes Mal auf Instagram postet irgendeinen Scheiß. Ich weiß, dass Ricky drauf steht. Aber Anja macht sich... Äh, machen sie nur Angst. Wir sprechen uns bald. Robby, Dein Sohn ohne Stimmbruch. Das war Robby. Gibt's hier sonst noch was? Okay, ich glaube, wir ziehen uns erstmal um. Kann ich da rein? Das ist eine Werkstatt! Ich habe Angst, dass ich gleich... Ist da jemand? Ich sag dir jetzt... Achso, heute funkt nur. Ich glaube, hier bin ich erstmal safe. Hier kann ich rumlaufen. Lesen. Einheimischer kämpft um Recht auf Wasser. Einheimischer kämpft um sein Recht auf Wasser. Richard Dutch Roswell verbrachte wegen Missachtung des Gesetzes zwei Nächte im Gefängnis. machte er eben für seinen Rechtsstritt Regenwasser in einer Anlage zu sammeln, die der Staat seinerseits als Stausee definiert hat. Mr. Roswell hatte dieses Wassersammeln unentsprechende Befugnis betrieben und aufs eklatenteste die geltenden Gesetze von Montana gebrochen, sagte der stellvertretende Leiter der Behörde für Wasserreserven Edwin Garzia. Mr. Roswell bestreitet die Vorwürfe. Okay, Ah, Aquarium! Ich hab ja nichts zum kaputt machen. Oh, sie haben eine neue Nachricht. Dutch, bist du da? Dutch heißt er. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht euch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Boomer? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst und pass auf dich auf. Ja, wo soll man Luft zwischendurch? Ah, ich muss Kleidung immer noch wechseln. Gibt's da sonst noch was? Na, egal. Okay, dann erstmal Kleidung wechseln. Hä, wohin? Hä? Ach da, da ging's raus. Huch, ist aber dunkel hier. Ein Besen, kann ich ja sauber, Mann, merkt man wieder ein Mann hier, ne? flupp mir hier eine ganze Scheiß auf den Boden. Da fehlt die weibliche Hand, die hier mal... Oh, ne Schaufel. So, wo ist er? Ich bring ihn um. Ich hab aber die Schaufel noch, oder? Ah, ich muss dich zweimal drücken. Ah, okay. Ah, da steckt es wieder ein. Ah, okay. Gut, dann machen wir erstmal die Kleidung. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Okay. Wie sehe ich aus? Nee, da gefällt mir das nicht besser. Bestätigen. So. Ich hätte ja gar nicht so braune Haare. Hat ein bisschen... Nee, aber nicht so psychisch. Das ist doch assi. Ich weiß nicht, aber das hat gerade was. Gefällt mir. Bitte beschädig diese Auswahl. Ist endgültig und kann später nicht mehr... Was? Ach so. Dann nehm ich doch lieber das hier. Sieht schöner aus. Oberkörper. So ein Oberteil hat er meine Freundin. Okay, ausrüsten. Zurück. Unterkörper. Schon ein bisschen dreckig, dann sieht es eigentlich richtig aus. So, zurück. Ja, Kopfbedeckung. Ne Käppi. Nö, brauchst du nicht. Ende. Handschuhe sind wichtig. Auch keine roten, so schwarze. Sieht man direkt nicht. So, genau. Gut. Äh, bestätigen. Rede mit Dutsch. So, hier waren wir ja schon. Ein paar haben wir schon geschaut. Okay. Ah, haben wir noch nicht. Brief von Hope County Chronicle. 13. Oktober 2014. Lieber Mr. Druck steht uns, unser Land und unsere Ressourcen. Es liegt an uns, unsere Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Mich würde auch interessieren, ob Sie dem Richter wirklich gesagt haben, Sie können Ihren kleinen, bleichen Arsch darauf wetten, dass ich Sie missachte, Mada, wie Bagger. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie bereit wären, unser Gespräch darüber aufzuzeichnen zu lassen. Jab Boyd, Hope County Chronicle. Ah, das wäre nicht nötig gewesen. Kühlschrank. Lesen? Hat man schon. Was gibt's hier noch? Liest? Lecker. Oh, können wir uns vielleicht besaufen später? Was sind wir noch zu? Randale! Im Sperrbezirk. Randale! Mary? Christmas? John sieht der Täufer. Der Jüngste der Gebrüder sieht und womöglich auch der sadistische. Ist für die Rekrutierungsmaßnahmen der Sekte verantwortlich. Zeichnen, Säubern, Beichten, Büßen. Dies sind die vier Schritte, die jeder durchlaufen muss, bevor er ein Mitglied bei Edens Gate werden kann, sofern er denn überlebt. John befiehlt jedem, die Macht des Ja zu akzeptieren, damit seine Anhänger, hat er wirklich so viele Anhänger? Sind's nur 750 Kilo Anhänger oder mehr? Naja, auch wirklich jeden Scheiß machen, den er will. Ein wasch, echter Psychopath. Ah! Wer ist das? Jacob sieht der Soldat. Der älterste der Gebrüder sieht, ist für die Ausbildung ihrer Milizen oben in den Whitetail Mountains verantwortlich. Das einzige, woran er glaubt, ist die Schwachen zu opfern. Ein Spartaner! Ist ja geil. Anscheinend führt er im Norden ein paar psychologische Experimente durch. Da oben korrosieren allerlei albtraumhafte Geschichten über Leute, die mit einem Mal völlig grundlos übereinander herfallen. Geil. Einmal eine Nate rein. Bäh! Multi-Kill. Er hat auch mit der Herrschung dieser Monsterwölfe zu tun, die von der Sekte Judges genannt werden. Judge. Ah, ist ja nicht süß. Ich, zu dem kommen wir gleich. Erstmal die noch. Alt Faith, die Sirene. Keiner weiß, wie da der Verwandlungsgrad aussieht. Anscheinend ist sie einfach eines Tages aufgetaucht. Sie erzählt rührselig Geschichten über Faith, ist eine Lügnerin und Manipulatorin. Wenn man ihr die Chance bietet, vergiftet sie einem den Verstand mit Bliss. Alle, die den Hehnbahnen River entlang wandern, enden entweder tot oder beschreiten den Pfad, um einer dieser hirntoten Angels zu werden, die die ganze schwere körperliche Arbeit für die Sekte übernehmen. Gott verdammt. Halt die auch die Fresse. Ah, Joseph Seed. Der Vater. Joseph Seed ist der Anführer dieser Sekte namens Project at Eden's Gate. Sekunde, hier raus, das Kabel hier gerade so. Jetzt. Er glaubt, dass ein großer Kollaps bevorsteht und hält sich für eine Art moderne Noah. Hey, dann will ich aber auch eine Eiche. Noah? Oder ist Moses? Nee, Noah war damit eine Eiche, gell? Ich glaub schon. Er glaubt, Gott würde, dann will ich nicht so eine. Er glaubt, Gott würde direkt zu ihm sprechen. Naja, mit ein bisschen LSD geht es bestimmt. Und er habe ihm gesagt, dass er so viele Seelen wie möglich retten soll. Jetzt, wo seine Ernte begonnen hat, sind seine Anhänger, warum haben wir eigentlich so viele Anhänger, an denen sie transportieren? Sogar bereit, für ihn zu sterben. Er hat seine Anhänger drei riesige Bunker bauen lassen, in denen sie Schutz finden, wenn seine Prophezeiung wahr wird. Der Typ hat sie einfach nicht mehr. Nö, ich finde ihn eigentlich relativ cool. Ich mag den. Gibt's hier Loot? Safe! Give me Code, Mann! Was? Set? Set, 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 22. The Rose Gay Brothers. Oh, ist denn nicht süß? Wenn da einer in diesem Gefängnis ist, bitte melden. Sollen wir loslegen? Okay, äh, hier, äh, im Stehen, oder? Hast du auch ein Bett? Dann könnten, dann könnten, du weißt schon. Baby. Okay, dann reden wir jetzt. Ich hab mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir, ähm, wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Oh, nee, es war ein Komma. Sorry. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funke dich an, sobald du dich orientiert hast. Okay. Okay. Halt die Kugel drücken, um das Waffenrad zu öffnen. Danke. Wähl die gewünschte Waffe mit D-D aus und lasse Kugel los oder drücke die linke Maustaste, um deine Auswahl zu bestehen. Oben findest du Waffen und Seitenwaffen. Unten Wurfgeschosse und Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen und Wurfgeschosse bieten eine tief ergehende Auswahl. Scrollen mit Dütte durch verfügbare Optionen. Okay. Ich brauche erstmal einen Schalldämpfer. So. Da haben wir uns eigentlich im Grunde, da waren wir schon drin, es ist im Aquarium, kann ich hier leider nicht rumballern. Das ist echt schade. Ach man, ist nicht dumm. Ach, das ist was das Telefon aufgeblinkt hat. Ich würde sagen, hey, da das Geblinkt ist aus dem Looten. Aber scheiße was. Können wir auch hier Sachen craften? Braucht man hier Leder oder sowas? Müssen wir viele Tiere kaputt machen? Verlasse. Okay. Licht. Jetzt hör mal zu. Ja. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Ja. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Okay. Du kannst das Eigentum von Edens Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße. Allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut und nehmen Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sekten Außenposten einnehmen, die es ja plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Edens Gate zurückschlagen. Okay. Okay. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Dutch out. Eine freie Dutch Insel. Okay, was heißt Dutch Insel? Kann ich weiter rauszoomen? Das war aber nicht alles von der Map, oder? Mit dem paar Schuss wird das aber nichts, ne? Hatte ich nicht mal noch eine Schaufel? Ich nehme das Rohrwetter traditionsbewusst. Tja. Tja. So. Käft ihr gleich. Sekunde. Kleid ihr die da alleine hoch? Ja, perfekt. Auch im Schnellmodus. Gut, sehr schön. Hallo, das ist voll Material. Kann ich nichts mitnehmen? Ah, okay. Das war jetzt gerade meine große Sorge, wie die runterklettert. Wie darf sie denn runterfallen? Sekunde. Wie, nehmen. Achso, nehmen. Ah, die ist auf 1. Ganz. Blindern. Rüße ein Wurfgeschoss über das Waffenrad aus, neben der Kuh gedrückt hältst und es mit dir, der auswählst. Drücke linke, äh, mit der Maus aus, du müsst werfen. Halte gedrückt, um das Wurfgeschoss abzukochen. Du findest Wurfgeschoss und speziell... Hä? Wie abkochen? Kann ich den eigentlich umlegen? Ja, kann ich. Willend? Jacqueline Kuhn. Wir brauchen Radin.